Darf man Hundefleisch essen? Nein, darf man nicht. Alle Tiere, die man nicht schlachten darf, man darf nicht deren Fleisch essen. Und dazu gehören Raubtiere, dazu gehören Hunde, dazu gehören Katzen. Genau. Das heißt, alle Tiere, die Reißzähne haben oder Klauen haben, deren Fleisch darf man nicht essen. Und dann gibt es noch andere Tiere dazu, wie zum Beispiel der Esel, darf Eselfleisch nicht essen. Und hier handelt es sich um den Esel, den man so kennt, nicht um Wildesel. Wildesel sind erlaubt. Zebras zum Beispiel. Esel, die in der Wildnis leben, deren Fleisch darf man essen. Aber das Fleisch von Esel, die unter den Menschen leben, als Nutztiere, darf man deren Fleisch nicht essen. Wallah. Altyazı M.K. Amen.